Gehörst du auch zu denjenigen, die sich schon seit geraumer Zeit fragen, da muss es doch irgendwie noch mehr in meinem Leben geben, als das, was ich als Lebenswirklichkeit vorfinde und als die Dinge, die ich tagtäglich mache, die nicht wirklich voll und ganz mein Herz zum Hüpfen bringen, die mich morgens nicht voller Freude aus dem Bettchen hüpfen lassen? Dann herzlich willkommen, dann bist du hier ganz genau richtig. Mein Name ist Emgat Anna Bronder und ich weiß nur zu gut, wovon ich rede. 30 Jahre öffentlicher Dienst, tagtäglich mich zunehmend gefragt, was mache ich hier eigentlich, Schreibtischarbeit ist überhaupt nicht mehr mein Ding, hat überhaupt nicht meine Seele sinnerfüllt, um es mal so auszudrücken. Und dann habe ich eine Entscheidung getroffen, die da war, meine Lebensaufgabe zu entdecken, meinen Seelenplan zu entdecken und daraus den Seelenberuf zu kreieren und mir so ein freies Leben, nicht nur für mich, sondern auch für die gesamte Familie zu gestalten. Und dazu bekommst du hier auf diesem YouTube-Kanal regelmäßig ganz, ganz wertvolle Impulse, damit auch du den Sinn deines Lebens erkennst, damit auch du deine Lebensaufgabe entdeckst, was deinem Seelenplan entspricht, was deinem Potenzial entspricht, deine Fähigkeiten, deinen Talenten, also diesen Dingen, warum du auch mal hierher gekommen bist auf unsere wunderschöne Mutter Erde. Du findest hier ganz in der Nähe von diesem Video auch die Möglichkeit zu einem kostenfreien Klarheitsgespräch. Nutz diese Möglichkeit gerne und da schauen wir uns deine Situation individuell an, was genau ich da für dich tun kann, wie ich dich da individuell unterstützen kann, welche Möglichkeiten du da genau hast. Ansonsten viel Freude hier bei den Beiträgen, lass dich inspirieren. Alles Liebe, bis dahin. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.